Cost Engineering ist außerhalb der Automobilbranche wenig bekannt. Was das genau ist und warum es die Hochzeit aus Kalkulation, Kostenrechnung und Prozessmanagement ist und wie Sie das auch in Ihrem Unternehmen vielleicht einsetzen können, das verrate ich in diesem Video. Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Cost Engineering ist in der Automobilindustrie weltweit ein fester Bestandteil der Produktentwicklung zu Zielkosten. Und dieser Bestandteil ist so wichtig, dass er festes Element der Unternehmenskultur und auch der Lieferantensteuerung bei allen großen Automobilherstellern wurde. Aber was ist es genau, dieses Cost Engineering? Das Kernelement von Cost Engineering ist die Erkenntnis, dass Kosten nicht einfach nur entstehen, sondern wissentlich konstruiert sind bzw. das Ergebnis von wissentlich getroffenen Entscheidungen sind. Sie können daher also nicht nur verwaltet werden oder kontrolliert werden, wie es die meisten Unternehmen tun, sondern sie können eben aktiv gestaltet werden, wenn man sich wirklich um die Kosten und die Zielkosten kümmert. Und sie unterliegen damit der Konstruktion von Ingenieuren und das führte eben auch dann zu diesem Namen Cost Engineering, also das ingenieurmäßige Betrachten von Kosten und auch das ingenieurmäßige Managen von den Kosten. Und dieses Verständnis ist wirklich ganz, ganz wichtig für das Thema Cost Engineering. Wie geht man vor? Als erstes wird das Endprodukt oder auch die Enddienstleistung daraufhin untersucht, welche Funktion sie für den Kunden hat und welchen Wert diese Funktion für den Kunden hat. Also was ist der Kunde wirklich bereit, dafür zu bezahlen? Das ist der Gegenwert im Sinne von Wert. Nehmen wir mal als Beispiel das Thema Klimaanlage. Egal, ob das in einem Auto ist oder ob das eine Klimaanlage in einem Restaurant ist. Eine Klimaanlage sorgt für eine gleichbleibende Temperatur und für gereinigte und umgewälzte Luft im klimatisierten Raum. Das ist die Funktion der Klimaanlage. Und um diese Funktion zu erhalten, muss sie die Klimaanlage bezahlt werden. Also Sie müssen die erstmal anschaffen, damit sie überhaupt vorhanden ist. Und obendrauf müssen dann ja auch die laufenden Betriebskosten, vor allem Strom eben, für die Klimaanlage eben gedeckt werden. Und im Falle des Autos bezahlen Sie einmal die Klimaanlage bei der Anschaffung des Wagens. Es sei es als Sondererstattung oder eben auch im Gebrauchtmarkensegment durch einen höheren Preis für das Fahrzeug. Und über den Mehrverbrauch an Treibstoff bezahlen Sie den laufenden Betrieb der Klimaanlage. Und im Fall des Restaurants werden Anschaffung und Betrieb über die verkauften Speisen und Getränke finanziert. Also dadurch werden natürlich die Leistungen in dem Restaurant einfach teurer, als wenn es eben keine Klimaanlage gäbe. Und es gibt Kunden, denen eine angenehme Temperatur wichtig ist und die sind dafür eben bereit, auch das entsprechende Geld zu bezahlen. Und andere sind eben lieber vielleicht an der frischen Luft. Also haben Sie zum Beispiel das Fenster am Auto offen oder Sie sitzen lieber in einem Biergarten, um bei dem Restaurantbeispiel zu bleiben, statt in einem Restaurant und bezahlen eben daher diesen Aufpreis nicht. Daher gibt es also für die Funktion Klimaregelung einen Preis, den ein Kunde zu bezahlen bereit ist. Und dieser Preis entspricht eben dem Wert für den Kunden. Und je niedriger quasi der Preis ist, den man dafür bezahlen muss, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde diese Annehmlichkeit auch einfach entsprechend annimmt. Jetzt muss die Funktion, also das Klima entsprechend zu gewährleisten, den temperierten Raum zu haben, diese Funktion muss zu Kosten hergestellt werden, die damit mit dem Gewinnaufschlag niedriger ist, als es dem Wert des Kunden entspricht. Weil sonst kauft der Kunde diese Funktion nicht. Also wenn es zu teuer ist, dann sagt er, nö, das ist es mir dann doch lieber nicht wert, dann lasse ich es eben. Und dazu wird die Funktion eben in seine Subsysteme untergliedert. Also seine Baugruppen und auch dann die Bauteile bis runter eben auf die einzelnen Komponenten. Im Klimaanlagenbeispiel ist für die Kühl- und Heizleistung zum Beispiel, für die Umweltsleistung, für die Luftbefeuchtung oder für die Filterung der Luft und vieles mehr sind solche Subsysteme. Und diese Subsysteme werden dann wiederum mit dem Wert für den Kunden untersucht. Ist also die Kühlleistung zum Beispiel dem Kunden wichtiger als die Heizleistung? Ist die Entfeuchtung für die Luft vielleicht wichtiger als die Befeuchtung? Das wird eben entsprechend alles sich genau angeschaut. Und der Wert für den Kunden wird gegen die Kosten der Herstellung gelegt und die Subsysteme nach den Kosten absteigend sortiert. Und jetzt kommt eben genau dieses Thema Prozessmanagement ins Spiel. Bei jedem Subsystem wird hinterfragt, ob es zu niedrigeren Kosten hergestellt werden kann, indem die Spezifikation an das Subsystem hinterfragt wird und die Art der Herstellung, also der echte Fertigungsprozess auf den Prüfstand kommt. Und auch dafür wird er ein Beispiel, damit es ein bisschen plastischer und klarer wird. Wenn der Motor für den Ventilator in der Klimaanlage eine dreimal höhere Lebensdauer hat als das gesamte Auto selbst, dann ist das vermutlich zu viel des Guten. Also ein klassisches Overprocessing als eine der acht Verlustarten, die man auch aus dem Lea-Management kennt. Und wer die acht Verlustarten nochmal genauer kennenlernen möchte, also die acht Arten für die Katz zu arbeiten, für den habe ich hier nochmal ein Video erstellt, auf der ich die einzelnen Verlustarten nochmal im Detail eingehe. Schauen Sie nochmal rein, das ist eigentlich ganz spannend, was es für Verluste alles geben kann. Wenn die Lebensdauer des Motors aus der Klimaanlage die Lebensdauer des gesamten Fahrzeugs über ein Vielfaches übersteigt, dann kann man sicher auch auf eine kostengünstigere Variante für diesen Motor zurückgreifen, die der Lebensdauer des gefahren Fahrzeugs einfach angemessen ist. Und der Zulieferer der Klimaanlage wird uns seinerseits mit dem Lieferanten für den Ventilatormotor nach Lösungen suchen, die Kosten für dieses Bauteil einfach zu senken. Dabei kommen dann sehr oft Kreativitätstechniken zum Einsatz, insbesondere der morphologische Kasten, wo man eben verschiedene Möglichkeiten der Ausführung miteinander kombiniert, um dann eben die kostengünstigste Variante dadurch ermitteln zu können. Und so wird das Design eines Produkts oder einer Dienstleistung bereits auf die Zielkosten hin optimiert, bevor es überhaupt gefertigt wird. Also der Fachausdruck dafür ist Design to Cost. Wenn es dann zu einer tatsächlichen Produktion oder Leistungserbringung kommt, dann werden die dafür notwendigen Prozesse mit ganz klassischem Prozessmanagement unter die Lupe genommen. Und da haben wir auch vielleicht mal ein untypisches Beispiel, zum Beispiel aus einer Buchhandlung, um zu zeigen, dass also auch hier Cost Engineering in kleineren Dienstleistungsbetrieben anwendbar ist. Und vielleicht noch ein kurzer Hinweis dazwischen, wenn Sie jetzt unseren Kanal abonnieren, dann verpassen Sie keine weiteren Videos, wo wir auch solche Beispiele immer wieder aufgreifen, wie große Industriethemen vielleicht auch in kleinen Unternehmen wirklich zur Anwendung kommen können. Neben der Sortimentsauswahl und der individuellen Beratung ist es ja ein wichtiger Grund für einen Kunden, in eine klassische stationäre Buchhandlung zu gehen, dass dort das gekaufte Buch von den Mitarbeitern gleich als Geschenk verpackt wird, wenn das gewünscht wird. Und diese Leistung ist eben ein Service und wird jetzt nicht extra berechnet. Aber selbstverständlich kostet natürlich dieser Service dem Unternehmen, also der Buchhandlung, Geld. Also das Geschenkpapier, die Schleife und die Zeit des Mitarbeiters für das Einpacken kosten ja Geld über die Lohnkosten. Wie kann jetzt der Einpackprozess so gestaltet werden, dass er zwar für den Kunden den gleichen Wert bietet, also ein schön verpacktes Buch und der Kunde ist glücklich, aber für das Unternehmen ein möglichst kostengünstiges. Und hier sind wir genau da drin im Thema Cost Engineering. Das Geschenkpapier kann zum Beispiel in der richtigen Größe vorgeschnitten werden, damit ein langwieriges Abmessen entfällt. Das Geschenkpapier kann zum Beispiel geschaut werden, welches ist kostengünstig einzukaufen, schaut aber trotzdem sehr schön aus. Man kann sich überlegen zum Beispiel, ob es eine klassische Schleife sein soll, die so über Kreuz gebunden wird, oder ob es zum Beispiel eine vorgefeiligte Schleife ist, die nur aufgeklebt wird. Man kann sich anschauen, welche Falttechnik beim Einpacken die ideale ist und kann die entsprechend optimieren. Vor allem kann man sie auch mit allen Mitarbeitern einüben, damit es auf die gleiche Art und Weise schnell eingepackt werden kann. Klebestreifen zum Beispiel, die man braucht, könnte man aus einem Spender bekommen, die gleich die richtige Länge haben und nicht von einer langen Rolle, die dann irgendwie abgerissen werden und dann so zusammenkleben und Ähnliches, was dann wieder auffällig ist und Ausschuss produziert. Und es könnte zum Beispiel auch ein Auszubildender, der Einpacker sein, weil es eher üblicherweise niedrigere Gehaltskosten hat als zum Beispiel eine ausgelernte Fachkraft. Also beim Kostengineering geht man wirklich davon aus, dass Kosten nicht einfach da sind und verwaltet oder controlled werden müssen, sondern dass sie konstruiert sind und damit auch der Gestaltung wirklich unterliegen. Und daher ist jedes Produkt oder jede Leistung auch nach ihrem Wert für den Kunden hin zu untersuchen und das sind dann die Zielkosten. Und die Zielkosten werden dann durch Dekonstruktion, also durch Zerlegung in die atomaren Basisbestandteile und durch das konsequente Hinterfragen des Designs entsprechend konstruiert. Und im zweiten Schritt wird dann eben der Fertigungsprozess, die Leistungserbringung mit Prozessmanagement auf seinen Beitrag zur Zielkostenerreichung hin untersucht. Und dass es dafür sehr erfahrene Fachkräfte mit Ahnung über das Produkt selber, die Konstruktion, Fertigungsverfahren und Prozessmanagement braucht, das dürfte jetzt damit auch relativ einleuchtend sein. Und das ist auch der Grund, warum Kostengineering eben nicht nur Kostenrechnung oder Kalkulation ist, was irgendwo in einer Finanzabteilung ist oder eben irgendwo im Controlling, sondern dass es wirklich interdisziplinäres Arbeiten ist mit den gemeinsamen Kollegen, aus der Produktentwicklung, aus der Fertigung, mit den Leuten aus dem Controlling, wo man ja noch die Zahlen herbekommt, aber alle gemeinsam arbeiten an diesem Thema Kostengineering. Und wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.